borg intro was dazu bedeuten ganz einfach wegen diesen ich finde huiuiui ja und zwar quasi als kleine gegenleistung dafür dass steffen borkman es ermöglicht hat mit den leds im front grill und den stripes er hat mir er hat mir die erlaubnis gegeben dass ich das einbauen darf anbauen und einbauen darf und hat die kosten dafür übernommen für den einbau bei scania in nordheim deswegen als eine gegenleistung für die firma ein bisschen werbung machen und was für euch machen wir ein gewinnspiel ihr könnt das schon sehen auf einem schreibtisch liegen so ein paar sachen und ja was haben wir also pass auf ich schwenke mal ihr könnt sehen wir haben zwei modelle zwei schlüsselbänder zwei coolies und zwei multifunktionstücher eins habe ich schon ausgepackt das ist meins weil jeder fahrer hat so eins bekommen von der firma borg kann man sich dann quasi über seine dunsky bestülpen so kann man es entweder als halstuch für mich ein bisschen eng aber es ist ja schön denbar als halstuch benutzen oder als mundtuch man kann es auch habe ich gesehen in einigen videos ich kann das nicht so gut aber man kann das auch irgendwie so machen dass man komplett komplett in dem tuch eingehüllt ist das ist so ein multifunktionstuch wie gesagt gibt es nicht zu kaufen sondern ist exklusiv für die firma borg für jeden fahrer und wie gesagt zwei von euch können in diesem paket verlaut zwei tücher gewinnen sowie zwei schlüsselbänder und zwei coolies und das wahrscheinlich interessanteste für die meisten von euch sind diese exklusiv serien modelle von herpa also von der herb von herpa aus der exklusiv serie so rum zwei aktros mit kühler die serie ist limitiert soweit wie ich weiß ich bin mal auf die homepage gegangen von herpa und habe mal bock eingegeben und zu kaufen gibt es wirklich nur noch für 24 50 diesen diesen kumpel gibt es gar nicht mehr weil wie gesagt exklusiv serie und war limitiert oh guck mal artikel jetzt hat nicht verfügbar also auch dieser im moment nicht erheblich deswegen was besonderes für euch zwei stück für euch was müsst ihr machen ist gar nicht so schwer ich möchte einfach nur eine frage beantwortet haben und zwar wann habe ich meinen großen roten bekommen den scania einfach das datum sagen das kann man rausfinden ist in einem video explizit explizit gesagt worden von mir müsst ihr mal ein bisschen stöbern hat was mit schuhe rausstellen zu tun aber mehr als tipp sage ich nicht sag mir den tag und das video und drunter schreiben hashtag gewinnspiel tag wann wir den scania bekommen haben also mein kollege und ich welchen tag und das video hätte ich gern genannt entweder die nummer von dem video oder namentlich mehr müsst ihr nicht machen zeit habt ihr ich sage mal bis moment ja passt auf wir haben heute zeitpunkt aufnahme vom video haben wir den 16 kommt ja heute raus ich gebe euch eine woche zeit quasi bis zum 23 ist das gewinnspiel aktiv und am 24 an meinem geburtstag gebe ich die gewinner bekannt hier auf youtube und dann werden wir es wieder so machen wie bei dem ersten gewinnspiel ihr müsst mir wieder per e mail schreiben plus screenshot von eurem e mail account dass ihr das seid weil sonst kann ja herkommen und sagen das hat das gut geklappt dann teilt ihr mir die adresse mit und dann kommt das paket genau sogar noch vor ostern schätze ich mal vor ostern richtig richtig genau dann kriegt ihr ein schönes paket mit den 1 2 3 4 sachen dann könnt ihr euch freuen habt was schönes und ja achso ich gebe die gewinner bekannt am mittwoch an meinem geburtstag am 24 und warte dann ich sag mal ein tag bis zum 25 haben sich die gewinner bis dahin nicht gemeldet wird ein neuer gezogen oder ausgelost chance für alle wenn er sich nicht wenn er sich nicht meldet und ständig ist nach ganz einfach haben wir jetzt mal auch so gemacht hat wunderbar geklappt von daher ja wünsche euch viel glück drückt die däumchen und dann noch mal vielen vielen lieben dank an steffen borg für die geile aktion dass ich die leds anbauen durfte dass die firma die kosten übernommen hat und für das nette kleine gewinnspiel und jetzt sage ich ich bin raus euer falco habe ich ganz vergessen zu erwähnen wer die chancen um ein paket noch erhöhen möchte also die dreifache chance weil es nicht drei pakete checkt mein instagram kanal ab da gibt es auch noch mal ein paket zu gewinnen habe ich ganz vergessen zu erwähnen jawohl video folgt doch da zur erklärung vom gewinnspiel weil es sind etwas anderes wie hier auf youtube ciao